Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prison ITech. Der Commander ist am Start. Los geht's! Äh, yo, wo waren wir denn? Oh, das letzte Mal aufnehmen war ein bisschen länger her. Checken wir doch mal ab, wo wir waren. Ah, I see. Äh, wir waren gerade da bei den neuen Häftlingen einzu... Äh, Bämsen, Dingsen, irgendwas. Zack. Ich glaube... Häftlingskapazität auf 15, okay. Wie groß ist die Scheiße immer? Äh, Planung. 6. So, da kommt da der lustige Sicherheitschef rein. Oh, wie lange die brauchen, ne? Hä? Hä? Äh, Leute! Schaut's denn aus. 3. 5. 4. 6. 10. 7. 11. Ah, Sucker. Jetzt kommt schon, in neun Stunden kommen die Experten, mehr oder weniger Experten. Ah, Sucker. Komm schon, ihr Wichser. Mach die Scheiße jetzt endlich hier weg. Äh. Okay. 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 Ich denke daß die so gut mauern können. Ich aszyst .. комнаle hier noch zu rande kommen. der scheiß psychologe braucht auch wieder dinge ja mann heißt denn die helftlingskapazitäten um eine höhe krieg dann 20 oder hab ich wieder 20.000 oder schon was kommen wir mal ein bisschen schneller hier schlafen wir ein hier alle hat und reinigung gartenpflege das ist ja glaube ich irgendwie als nächstes dort ein bisschen schön ich bin immer noch ein bisschen krank also hier husten und hashtag schnuppen krankenstationen die kann mich mal obwohl jetzt haben wir die scheiße da geld da gibt's geld da kommt schon leute war ja you know work zu kass anstatt dass er da weiter baut kommt schon großzügig hatte ja wir wollen ja hier ein bisschen schneller vorankommen auch euch zuliebe jetzt kriegen wir sowieso geld das wird sich noch viel ändern die werden so arbeiten das wird nicht mehr das wird nicht mehr das wird nicht mehr Benötigt Sicherheitschef. Jetzt kommt schon ihr Versager. Komm, komm, machen wir hier Butter, weil die Fische hier. Sonst dauert das noch ewig. Dann, wenn wir gerade ein bisschen Geld haben, so, jetzt sind wir hier großzügig. Jetzt haben wir mal ein bisschen Vorsorge hier. Dann, wenn wir hier dann erstmal die scheiße Reinigung machen. Na, endlich. So, Chef. Machen wir. So, Chef. So. So. Oh. Habe ich schon so Regeln? Ah, die Regeln habe ich schon nicht. Das ist so ein Rote-Hurensohn. Oh, da haben wir eine Reinigung. Guck mal was die Gefängnis regeln, ob ihr alle mal beschäftigt seid. Wie groß sind diese Dinger? 6 und 6. Ja man, so sieht's geil aus. Ich mein okay, lass ein bisschen mehr machen. Weil wir brauchen ja noch ein weiteres Ding. Ich bin ein scheiß Psychologen und der muss ja noch rein. Der krasse Mongo. So, erstmal wieder ein Zwanziger gekriegt. Patrouillen sind durch. Da, Einsatzes Bomber. Mann, wo stehen die scheiß Büros jetzt da? Ein bisschen tof. Dann haben wir jetzt noch ein scheiß Psychologe. Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, Brian. Wir sind mal ein weiser Voraussicht. Hm, okay. Komm schon, mach hinne jetzt. Durch, durch, durch. Naja, Psychologie. Aber du Spass. Schöne scheiß Psychologen, damit wir uns hier nichts machen. Dass wir sicher sein können, wer alles so unterwegs ist. Aber die ganze Scheiße ist erstmal fürs Personal. Jetzt mal die Fresse halten hier. Äh, hä? Sind die behindert oder so? Und wow, wie kann das diese Idee denn? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ah, der macht die Regeln noch. Schaut's aus, 50.000, okay. Kann man weiter ausgeben, ja? Pferdsteuerung ist schwul. Die Gesundheit, die ziehen wir gleich mal durch. Dann stell dir erstmal... Komm schon. Kommen wir erstmal krasses zwei Hausmeister rein, die erstmal alles putzen. Lass mal alles durchhasten, ey. Okay. So, meine lieben Freunde. Aber für diese Folge war's das mal wieder, ne? Äh, ja. Gefängnisdirektor. Kommander. Ja, okay. Klingt ein bisschen schwul. Äh, ja. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.